Aaaaaaah! 6,2 Prozent aller Deutschen geben offen zu, rassistisch zu sein. Jede Minute werden 27 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. 54 Prozent der schwulen Männer geben an, auf der Straße Opfer eines physischen oder sexualisierten Angriffs geworden zu sein. Ich finde, wir könnten etwas ändern. Wir sollten den Primer ganz zünden. Bing! Ich wäre frei. Zinnung? Dann wird's bingen. Eins, zwei, drei! Es brennt die Ausbeutung. Es brennt der Konsum. Greif zu den Waffen! Ich habe keine Waffen! Euch habe ich mir ganz anders vorgestellt. Irgendwie nicht so langweilig. Ihr vergebt die Punkte! Das ist doch nicht fair! Doch! Sechst! Denn wir dürfen das! Hä? Sagt wer? Wir! Aber so einfach ist das nicht! Doch! Ich finde mich gut, so wie ich bin. Aber nur mit 1,0 ist es möglich. Das geht auch mit 3,0! Und wer sagt, dass alle studieren müssen? Vielleicht weiß ich das ja noch gar nicht. Das solltest du aber! Nein! Das muss ich nicht! Ich bin nun mal der Tod und ich mag... Und ja, das Sterben. Ja, wuhu, ich weiß. Aber einer muss das noch werden. Wir sind die Zukunft! Wir sind es, die diese Welt einmal erben! Wir müssen die Konsequenzen tragen! Wir verstehen sehr gut! Wir sehen die Ausbeutung und die Zerstörung, die sie zu den Menschen gemacht haben, die sie sind! Wir sind die Zukunft! Wir sind die Zukunft! Wir müssen es gemeinsam tun! Und dann ändert sich der Markt! Wenn wir zusammenhalten! Wir sind die Zukunft! Wir sind die Zukunft! Nur Excel. Wir making Chicow somewhat! 備ine- Ich komme jetzt mititen! Ich bin gern im Achter. Immer sehr, einfach bei ihm, denn die Ausbeutung, die sich wir differentiëren in Antisaliauush 1,0 ist bei. Und dann dabei was wir auch gern ein wenig! Man hat nochmeISkt!